Novala Nalav 31 bekommt den Rücken gestärkt. Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina heißt, teilte noch vor wenigen Tagen ein niedliches Bild mit ihrem Ehemann DJ Jeezy und Töchterchen Nola. Umso größer der Schock, in einem langen Statement bestätigte sie nun die Trennung von dem Produzenten. Es seien Dinge passiert, die unverzeihlich seien. Unter dem Posting meldeten sich bereits einige Netzstars zu Wort, der Support für Farina ist groß. Unter ihrem Instagram-Beitrag fanden zahlreiche Fans, aber auch bekannte Gesichter nette Worte für die Neumama, unter anderem Sarah Harrison 31 ganz viel Kraft, Liebes. Auch die YouTuberin Katharina Damm ließ das Posting nicht unkommentiert und teilte drei weiße Herzen darunter. Ich wünsche euch jemanden, der euch zu schätzen weiß, dem du zu 100% vertrauen kannst, der dich liebt für das, was du bist und nicht dafür, was du hast, schrieb die Netzbekanntheit Zittermaß. Christin Keber, 33, verfasste ähnliche Zeilen. Wer deinen Wert nicht erkennt, der hat bereits verloren und vor allem dich nicht verdient, meinte die Influencerin. Derselben Meinung sind auch Farinas BFF Riccardo Simonetti, 29, und die einstige Bachelorette Jessica Haller, 32. Auch Pamela Reif, 26, die schon einige Kampagnen mit Novala Nalav geshootet hat, schickt ihr Kraft auf Social Media. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.